Wie wichtig das Zusammenspiel von Psyche und Körper sind, hat die Psychoneuroimmologie schulwissenschaftlich eindrucksvoll erforscht und mit Fakten bewiesen. Am PNI-Kongress erhalten Sie die einzigartige Möglichkeit, sich als Arzt, Heilpraktiker, Therapeut oder als interessierter Laie mit den aktuellsten, wichtigsten und oft auch überraschendsten Forschungsergebnissen aus erster Hand zu informieren. Prof. Dr. Christian Schubert organisiert mit seinem Team den Kongress der Psychoneuroimmologie. Vom 7. bis 9. Oktober wird er sowie auch zahlreiche weitere Koryphäen für alle greifbar vor Ort sein. Diese Möglichkeit, geballte Kompetenz zu hören und auch persönliche Fragen stellen zu können, gibt es selten. Packen auch Sie die Chance und sichern Sie sich einen der limitierten Plätze. Anmeldung an www.psychoneuroimmologie-kongress.at Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Einzelteile und deswegen brauchen wir eine neue Medizin. Ich, Christian Schubert, freue mich auf Sie. Ich, Christian Schubert, freue mich auf Sie. Ich, Christian Schubert, freue mich auf Sie.